Flachbildschirme, Kühlschränke, Dampfreiniger, das ist nicht der übliche Beifang, der derzeit Nordseefischern ins Netz geht. Seit vor zwei Tagen ein Sturm rund 270 Container vom Frachter MSC Zoe gefegt hat, treibt tonnenweise Fabrik neue Ware entlang der Nordseeküste. Das ist nicht ungefährlich, weil Schiffe mit diesen Gegenständen kollidieren können oder sogar mit den herumtreibenden Containern. Zudem enthielten wahrscheinlich drei der Container Gefahrgut, wie Batterien und Chemikalien. Auf den niederländischen Nordseeinseln strandet täglich mehr Treibgut und mittlerweile auch in Deutschland an den Stränden Borkums. Christina Gerlach berichtet. Die Fernseher sind schnell entsorgt. Schwieriger ist es, die Steroporverpackung einzusammeln. Angespülte Ladung aus einem der Container, die die MSC Zoe verloren hat. Nicht jede Stahlbox sinkt sofort auf dem Meeresgrund, dümpelt stattdessen unter der Oberfläche. Wenn Fischkutter das Hindernis rammen, eine große Gefahr. Dann geht in der Takellage am Deck alles kaputt. Es kann im schlimmsten Fall passieren, dass der Kutter kentert. Haben wir alle schon gehabt. Die größten Schiffe können mehr als 20.000 Container transportieren. Viel Arbeit für die Lascher, die Hafenarbeiter, die die Ladung befestigen. Dafür sorgen vor allem die Schnappschlösser. Die Container werden doppelt gesichert. Und zwar kann man im oberen Bereich sehen, dass die Container da mit Stangen an der sogenannten Galerie fixiert sind. Und das ist also eine reine Handarbeit. Und je nachdem, wie groß die Schiffe dann sind, wird auch über mehrere Ebenen zum Teil gelascht. Aber offenbar reicht das nicht immer. Wenn eine Riesenwelle so einen Containergiganten erwischt, reißen enorme Fliehkräfte an der Ladung. Das könnte auch die MSC Zoe fast 280 Container gekostet haben. Dass einzelne Container über Bord gehen bei schlechtem Wetter lässt sich auch mit heutiger Technik nicht verhindern. Das kommt immer wieder mal vor. Aber die Größenordnung dieses Mal bei so einem neuen Containerschiff ist schon ungewöhnlich. Ende 2011 lief die Rina vor Neuseeland auf einen Riff, zerbrach und versank drei Monate später mit hunderten Containern. Es gibt nur grobe Schätzungen, wie viele Stahlboxen jedes Jahr weltweit über Bord gehen. Zwischen 1500 und 10.000, sagen Experten. Und das bei 130 Millionen Boxen, die jährlich transportiert werden. Aber jeder einzelne Gefahrgutcontainer, der verloren geht, bereitet Sorgen. Niedersachsens Umweltminister fordert deshalb die Ausstattung mit Peilsendern. Mindestens bei denen, die Gefahrgut beinhalten, wären wir, glaube ich, alle sehr froh, wenn wir sehr frühzeitig wüssten, wo sie sind. Die Gefahrgutcontainer der MSC Zoe wurden noch nicht geortet. Auf Borkum macht man sich deshalb weiter Sorgen, dass auch dort solche Chemikaliensäcke anlanden, wie auf den niederländischen Inseln. Bislang haben die Ostfriesen aber nur Fernseher abbekommen. Was ging ihr gesagt, steht drunter?